Das ist alles gut. Jetzt kommt es gar nicht mehr in den Räumen. Der Kuller ist weg. Jawohl. Oh, gut. Das habe ich jetzt nicht geschaut. Schliessen, der Rothebel. Jetzt kann man das Fenster. Das ist ein Schmuck des Schmuck. Das ist ein Schmuck des Schmuck des Flusses. In der Tatort ist der Schmuck des Flusses. Das ist ein Schmuck des Flusses. So, jetzt sind wir oben, jetzt sind wir gerade hier, in Höhe sind wir, Klappach-Tuntert. So, jetzt kommen wir mal wieder rein. Ist gut gegangen, nicht? Ja. So, jetzt kommen wir mal wieder rein. Jawohl, direkt. Jetzt probieren wir hier, zwei, drei Kreise zu machen. So lange keine Strafung. So, jetzt kommen wir wieder rein. So, jetzt kommen wir wieder rein. So, jetzt kommen wir wieder rein. Das ist die Meerstetten. Da ist die Winde, da oben der Stoffenberg. Das Zudeln ist dann... Ja, wir sehen jetzt noch nicht. Das ist der Rückplatz da unten. Schön, eben zu tun. Ja, da müssen wir nicht aufhören. Wir sehen uns jetzt hier. Wir sind auch nicht so hoch. Die Grenze ist ein wenig ruttig. Aber wenn es nicht schlecht wird, musst du es sagen. Wir sind schon auf 800 m. Das war die Ausgabe, die wir ausgehängt haben. Geht's? Wird es nicht schlecht? Nein. Jetzt sind wir schon auf 800 m. Ich zeige euch mal, die wir ausgehängt haben. Die ruttige Luft ist hier, wenn die Eisen zieht. Die Luft ist jetzt mit 3 m pro Sekunde. Die Luft ist jetzt mit 3 m pro Sekunde. 7. Brownwind. Große Landung. Jetzt sind wir auf 900 m. Hier vorne ist auch einer am Kreisen. Hier vorne rechts. Hier vorne ist ja unten. Alle fahren hier oben. Hier unten ist es ganz nah. Die hinten unten. 13 km. Dann haben wir selbst gemodelt, die Großmöglichkeit. Hier ist der KV an, Durgau, Dengesser-Bredenzahl an, Das sind die Beifelder und Türkei auch nicht zu warm. Zufall 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 Gut. Sollen wir wieder landen? Zufall 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 So, das Windeseil mit dem Autofahren ist jetzt richtig geklischt. So. So. Bambau, Fuchs, Charlie, am 70, quasi. Vielen Dank.